Ich bin ehrlich zu mir selbst und baue hier ganz ehrlich und ohne Lug und Trug, Lug und Trug, ähm, den Gang richtig. Eskalation. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zurück zum Beast Factor. So, wieder mal eine Aufnahme alleine. Es macht sich eben am besten nicht wundern, falls es immer ein bisschen verzögert ist, dass ich den Ofen öffnen kann zum Beispiel. Ich lade gerade parallel noch was hoch, aber wenn man alleine spielt, ist das ja nicht so schlimm. So, ähm, es ist Nacht. Deswegen kann man wieder nicht draußen rumlaufen. Eigentlich hatte ich ja vor, euch mal ein bisschen das Dorf zu zeigen, was die anderen alle so gebaut hatten. Aber das hat sich jetzt natürlich dadurch etwas erledigt. Weil nachts, ähm, hab ich eigentlich keine Lust, draußen rumzuspacken. Wenn ich mal ehrlich sein soll, deswegen mach ich jetzt noch. Scheiße, ich hab die Musik vergessen. Oh Gott, das muss ich jetzt mal ganz schnell machen. Ähm, ganz schnell, ganz schnell. Äh, 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 äh. Und jetzt müsste auch schon gleich Musik kommen. Sehr gut. Ich bin ein bisschen zu laut. So müsste es passen. So. Jetzt müsste die Musik gut geregelt sein. Oh. Oh mein Gott. Da passt ja gleich die Musik. So. Hier. Ich brauche ja nochmal eine Spitzhacke. Für. Wir könnten natürlich die grünen Saphire dafür gleich mal verwenden. Ach komm. Wir nehmen die einfach gleich mal. So. Haben wir noch irgendwo Holz? Holz. 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 Haben wir nirgendwo mehr? Scheiße. Scheiße. Jetzt haben wir kein Holz mehr. Mann. Mist ey. Ich will jetzt eigentlich nicht diese dolle Spitzhacke mit Effizienz nehmen. Die soll ja richtig geil werden. Nee die will ich noch ein bisschen pimpen. Ehrlich gesagt. Kann ich daraus irgendwie ganz normales Holz machen? Okay gut. Ich brauche diese Mangrovenholzzeug. Bla. Mist. Dreck. sowieso jetzt momentan noch nicht. Deswegen ist mir jetzt mal egal, dass ich... Oh. Quatsch. Das will ich gar nicht. Ich will das. So. 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 Hätte mir natürlich einfach eine Eisenspitzhacke machen können. Ich bin Held, ne? Scheiße. Egal. Scheiße sagt man nicht. Ja. Es leckt wie gesagt ein bisschen, weil ich gerade hochlade. Aber ich hoffe, ihr überlebt das jetzt mal ausnahmsweise. Äh. Ich glaube, das habe ich schon ab und zu mal gemacht, ne? Na egal. Da wir ja abbauen, ist es jetzt nicht so das große Problem. Wie gesagt. Es sei denn, wir würden jetzt mit jemand anderem aufnehmen. Dann wäre es natürlich ganz großer Scheiß. Aber wie gesagt. Ne? Und so. Dann gehen wir mal wieder runter in unsere Höhle und tun unseren Gang erweitern, den wir ja beim letzten Mal angefangen hatten. Ja, es war ja das Wichtige, was wir jetzt machen müssen. Ne? Und. Ja, vor zwei Folgen haben wir mal angesprochen, dass die Merkel jetzt Bundeskanzlerin ist. Ich finde das ehrlich gesagt, um es jetzt nochmal... Jetzt ist es sicher, weil... Jetzt nehme ich natürlich später auf. Jetzt ist es sicher. Ähm. Wie gesagt, wir haben ja immer im Voraus aufgenommen. Blablabla. Ja, und deswegen wusste man uns noch nicht ganz sicher, dass die Merkel es auch dann letztendlich wird. Aber ja, sie ist es ja. Das wissen ja alle von euch wahrscheinlich schon. Und ehrlich gesagt, finde ich das mal, um meine politische Meinung mal kundzugeben, nicht so schlimm, wie einige finden. Die Merkel ist scheiße. Nein, die Merkel ist nicht scheiße. Ja. Und wenn sie scheiße wäre, hätte sie nicht fast die Hälfte der Stimmen gekriegt. Ne? Also, na gut. Nicht fast. Na doch. 43% oder sowas. Irgend so was in der Dreh. Also, das ist schon ziemlich hoch. Und... Ja. Ich denke doch, dass die... Deutschland... Äh. Um einiges weitergeholfen hat. Und es, ähm... Ist zum Glück gar nicht so, dass es laggt. Ja, ich lade gerade Pauls Folgen hoch. Da könnt ihr euch bei ihm beschweren. Nicht bei mir. Das heißt, flamet ihn unten in den Kommentaren, dass er sich gefälligst, äh, ähm, gutes Internet kaufen soll. Aber ich weiß nicht, ob es bei ihm dort, wo er wohnt, jetzt so gut das Internet auch anliegt. Das ist ja meistens gar kein Problem vom Anbieter, sondern mehr dort, was dort, äh, so verkabelt ist und so weiter. Das ist, ähm, ja, von Ort zu Ort unterschiedlich. Wird mir auch ein bisschen besseres Internet dennoch wünschen, ne? Da könnte man hier hochladen, gleichzeitig noch aufnehmen, gleichzeitig TeamSpeak machen, äh, in TeamSpeak gehen, bla. Ja, also das wäre schon eigentlich ganz nice, aber wisst ihr was? Wir kommen ja sowieso nicht ganz hoch, ne? Das habt ihr ja schon mitgekriegt, dass das nicht ganz funktionieren wird. Weil wir sind jetzt schon auf den Koordinaten, den, äh, auf die wir eigentlich müssen. Fast. Ah, nein, nein, nein. Pflasterstein, Pflasterstein, Pflasterstein. Und, deswegen können wir jetzt hier gar nicht, äh, das so hochbauen, wie ich mir das gedacht hab. Aber, naja, schade. Deswegen müssen wir es jetzt dann steil nach oben bauen. Das wird natürlich nicht ganz einfach. Aber, das können wir dann, wenn wir einen Jetpack haben, am besten machen. Das wäre, ich glaub, am sinnvollsten. So, hier müssen wir jetzt gerade hochbuddeln. Ich mach hier mal so einen kleinen Raum außen drumherum, einen Wartungsraum sozusagen. So. Ah, Mann, es leckt. Es tut mir leid. Aber, wie gesagt, ihr kennt ja die Gründe jetzt mittlerweile. Und, ja, um nochmal auf die Merkel zurückzukommen. Pflf, ich weiß nicht, was so viele Leute gegen die haben. Ich mein, in Deutschland geht es wirklich fantastisch, ja. Und da heulen andere rum, weißt du, in anderen Ländern. Ähm, ist nicht mal das Brot für jeden gesichert. Und wir beschweren uns hier, dass wir hier mal, äh, über den Prozentsatz der Arbeitslosen, der bei in anderen Ländern um so viel höher ist. Ja, also, das, äh, sorry Leute. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und das, ähm, tja. Mögen einige sagen, ja, das ist doch Augenwäscherei. Keine Ahnung. Ja. Kann ja sein, dass ich mir da was Falsches einbilde, aber ich wollte einfach mal, das ist meine Meinung, ne. Ihr könnt mir ja eure Meinung mal in die Kommentare unten drunter schreiben. Ja. So. Ähm. Jetzt müssen wir das noch verlegen. So. Genau. Da hatte ich mir nämlich gedacht, dass wir das hier noch eins höher machen. Dass wir hier rechts davon einen Gang weiterhin haben. Und hier links geht unten ein, äh, ein Rohr lang. Und oben. Das heißt hier. Das heißt, auf der Seite müssen wir es überall noch einen höher machen. Ne. Logisch. Und am besten, wir nehmen gleich das hier drüben. Weil da haben wir sowieso schon, äh, obwohl, genau, da müssen wir es nicht hier drüben lang führen, sondern da können wir es gleich rüberführen. Das ist schon gut so. Zack, 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 zack. So, 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 so. Achso, nein, halt. Hier muss das natürlich offen bleiben. So, damit wir das hier dann rüberlegen können. Wartet mal. Also, wie machen wir das? Zack, zack, eins nach oben. Dann eins nach rüber. Eins, halt, ne. Zack, eins nach oben. Das ist hier dann. Äh, eins nach oben. Dann eins rüber. Dann eins runter. Dann hier lang und hier ab hier. Okay, das heißt, wir können sogar das jetzt so lassen hier. Passt. So, jetzt müssen wir das halt noch einen Gang, äh, eins höher machen, damit wir das dann gut immer, falls was kaputt geht oder so. Keine Ahnung. Eigentlich darf ja nichts kaputt gehen, ne. Aber, was weiß ich, damit wir dann trotzdem immer noch rankommen, falls wir mal was ändern müssen oder so was, oder so was, falls uns was besseres einfällt oder so was, ne. Das kann ja alles passieren und deswegen bin ich lieber vorsichtig da an der Stelle einfach mal. Auch wenn es ein bisschen nervt, dass es gerade leckt, das lässt sich jetzt leider momentan nicht ändern. Ne. Auch ich wäre lieber ohne Lecks in die Aufnahme gestartet, aber ich, ja, hatte einfach Lust aufzunehmen und es leckt ja jetzt nicht so unglaublich. Na gut, tut's doch, aber es stört ja nicht, nicht wirklich. Es stört ja nur mich. Das ab beim Abbauen. Na gut, euch auch. Egal. Jetzt haben wir, jetzt habe ich die Brühe angefangen, jetzt bringe ich sie auch zu Ende. Oh. Silber. Ist das Silber? Ja. Silber. 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 Oh. Silber. War doch Silber, oder? Ja, es war Silber. Eindeutig. So. Dann geht das hier um die Kurve, hier unten geht's hier rum, dann geht das hier oben um die Kurve, das heißt, das muss man alles noch eins höher machen. Ich lass das, äh, äh, Erz da jetzt mal liegen, das ist, jetzt mal Schnuppe, eiskalt, sag ich das. Da nehme ich kein Blatt vom Mund, dass mir das Schnuppe ist, du, also da, ich weiß, ich bin schon, äh, ich sag euch meine Meinung, wie gesagt, ehrlich, ne? Habe ich ja gerade auch schon gemacht mit der Merkel und so weiter. Ich hätte ja die Piraten gewählt, finde es ein bisschen schade, dass die nicht in den Bundestag gekommen sind, aber das hat man ja schon mal, ähm, in den ersten paar Folgen besprochen, dass die gute Ansätze haben. Ähm, ich hätte sie nicht, äh, regieren lassen, wie gesagt, aber so an sich, mit dem Bundestag hätte ich sie mir schon gut vorstellen können, sag ich mal. So, hier unten führen wir dann das Kabel nach links und nach oben. Das Problem ist, stimmt genau. Ah ja, okay, genau. Und hier führe ich dann das andere Kabel nach oben, das heißt, die können sich nicht verbinden, das eine geht hier lang und das andere geht da oben lang. Das heißt, wir können hier sogar rein theoretisch, wir müssen hier einen Gang außen drumherum machen. So. Und dann können wir hier dann eine Leiter nach oben machen, damit wir besser hochkommen und so, ne? Auch dann fürs Bauen ist das ja wichtig. So, wir haben die Koordinaten fast eingehalten. Fast, aber nicht ganz, ist aber nicht so schlimm, wie gesagt, den Rest machen wir dann, wenn wir ein Jetpack haben. Jetzt tun wir erstmal, ähm, uns noch einen Gang, eine Mining Turtle würde ich fast vorschlagen, zu bauen. Das Problem ist, ähm, doch, Mining Turtle müsste eigentlich schon gehen. Mining Turtle. Die haben, äh, Turtle, das ist ja klar. Äh, Eisen, Truhe, Computer, das haben wir eigentlich alles. Also, wir machen uns mal, äh, ein, zwei Mining Turtle, die können wir dann schon mal auf die Reise schicken. Ne? Und dann passt das auch. Eigentlich hätten wir die sogar den Gang buddeln können, so ist es nicht, ne? Buddeln lassen können, so ist es richtig. So. Ich glaube, die meisten, das meiste Kupfer gibt es auf der Höhe hier irgendwo. Ich würde einfach mal sagen, hier bauen wir uns dann rein. Wir dürfen ja nicht nach links bauen, da ist ja unser Grundstück. Ne? Aber so lange haben wir eigentlich alles richtig gemacht, so. Das wird dann alles noch mit Treppen ausgestattet. Ich glaube, das mache ich noch irgendwann. Bestimmt noch irgendwann mal, aber jetzt nicht. Jetzt noch nicht. So. 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 Dann hat er. Dann hat er. Drei. Was heißt, eins nach rechts noch? Halt, hier kommt es dann hoch. Genau, exakt. Hier kommt es dann hoch. Bauen wir uns schon mal einen kleinen Ansatz rein. Ne? So, machen wir das. Und. So. Was wollte ich machen? Genau. Eine Tiny Turtle. Richtig. Okay, das haben wir. Eisenerz. Tinorpe. Pflasterschein, Silber. Bla, bla, bla. Interessiert keinen Menschen. So. Ach, hier haben wir noch Steine. Genau. Das brauchen wir ja. Dann brauchen wir noch normales Glas. Normales Glas. Sehr gut. Zwei. Wir machen uns zwei Mining Turtles. Und dann brauchen wir noch zwei Eisenspitzhacken. Dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eisen. Hobby verraten. Okay. Egal. Dann haben wir hier noch. Machen wir noch zwei Sticks. Dann machen wir uns gleich mal die Spitzhacken. Zack. Dann machen wir uns auch direkt mal. So. Die Computer, die in die Mitte müssen. Zack. So. Wir brauchen ja noch mehr Eisen, ne? Und noch Chests brauchen wir. Dafür brauchen wir natürlich wieder Holz. Aber da jetzt es regnet, müsste das sogar gehen. Deswegen gehen wir mal schnell raus, bevor es dann wieder dunkel wird. Nicht damit, weil es regnet, sondern weil Tag ist, meine ich natürlich. Oh, die Sonne. Der Himmel reißt auf. Boom, reißt der Himmel auf. Sag mir wann, sag mir wann. Jetzt ist es aufgerissen. Dreimal auf Holz geklopft. Ey, das ist nervhaft. Immer wenn man auf einen neuen Server geht und sein Inventar öffnet, kriegt man erstmal ein Achievement. Jetzt ist es ein bisschen sinnlos, aber okay. Wenn sich der Jeb das so gedacht hat, dann wollen wir mal nichts dagegen sagen. Wer nicht weiß, wer Jeb ist, der soll immer auf Wikipedia gucken. Beziehungsweise Minecraft in Jeb eingeben. Da findet ihr erstmal Bilder und zweitens, ne, ihr findet alles zu dem Kunden. Ich denke mal, da gibt es auch schon einen Wikipedia-Eintrag über den. So, dann haben wir hier, da, 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 da. Etwas Holz. Daraus machen wir uns ein paar Kisten. So, 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 so. Ja, ich weiß, es ist gegen viel schneller, das in der Project Table zu machen. Das ist mir jetzt mal egal. So, dann brauchen wir noch Eisen. 16 sollten eigentlich sogar reichen. Ah ja, siehst du, es geht nämlich nicht im Project Table. Haben wir schon wieder Zeit verloren hier. Mann, Mann, Mann. So, Computer. Check, 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 check. Check, so. Dann haben wir hier eins. Wie, es geht keine Eisenspitzhacke? Das ist doch Bullshit. Oh nein, es geht keine Eisenspitzhacke. Wie scheiße ist das denn? Geht wenigstens, nein, geht auch nicht. Nein, oh Mist. Ah, verdammt. Und dann stehst du im Regen. Ich will jetzt aber keine Diamanten verbrauchen, weil die brauche ich ja alle noch für, ähm, für die Glasfaserkabel und so weiter. Das will ich eigentlich alles gar nicht machen. Scheiße. Tja, das ist ja jetzt mal ein Fail. Ein selten so gehabter Fail. Mann, ey, nee, das gibt's doch nicht, ey. Boah. Achso, wir machen uns mal, ähm, haben wir noch Glas? So will ich hier. Haben wir noch hier, hier drüben Glas? Hier haben wir Glas, sehr gut. Ähm, wir machen uns mal noch die Goldkabel, da können wir nämlich schon mal die Kabel verlegen. Ähm, Gold haben wir, ich glaub sogar noch. Ja, wir haben einiges an Gold da. Das wäre auch alles verkraften gleich, da haben wir dann erstmal einen Vorrat an Goldkabeln. Zack. Brauchen wir sowieso irgendwann noch. Daran fehlt's sowieso immer, deswegen. Aber was anderes brauchen wir Gold auch eigentlich nicht. Also ich zumindest nicht, deswegen. Schnurzpiep, egal ist das mir. So, dann mal wieder nach unten. Warte mal, nee, da können wir uns ja... Ah, ich bin schlau. Ich bin schlau. Na gut, manchmal. Ähm, uns hier gleich nach unten bauen. Natürlich so, dass wir nirgendwo runterfallen. Das ist ja ganz gewiebt, wie ich das mache. So, 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 so. So, jetzt hätten wir uns natürlich nochmal ne Leiter machen können. Schaffen wir das? Ja, schaffen wir. So, so, so. Jetzt machen wir uns noch ne Leiter, damit wir dann auch wieder hochkommen. Hier gleich. Das ist der unnötige Umweg da außen. Das ist ja bullshit, ne? Und jetzt brauchen wir noch, ähm, dafür brauchen wir noch einige Sticks. Tue ich auch gleich mal das ganze Holz, äh, was ich jetzt habe für Craften. Leiter brauchen wir auch immer. So, ja. Ich bin zu voll, mir noch ein Project Table zu machen. Tue ich lieber hier tausendmal draufklicken. So, 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 so. Und da haben wir auch schon, halt, jetzt haben wir dann auch schon alle Leitern gemacht, die wir machen können. So, rot brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, wir tun natürlich ganz extrem sparend die Platzieren. Das heißt, wo war die Leiter, die wir platzieren können? Hier, ne? Hier, genau. Hier geht die Leiter raus. Das heißt, hier, hier, hier. So, hier kann man dann nämlich dem Rest einfach hochspringen. Ist ja ganz gewieft. Wollen wir bloß paar Adventure Maps geht, dann passt das. Wenn wir die hätten, natürlich noch Profihaft, ne? Aber, die erlernen wir uns schon noch irgendwie. So, dann gehen wir hier nach unten, wie ihr bestimmt gerade seht. Und dann müssen wir genau hoffentlich dann dort unten rauskommen. Ist ja wie jetzt beim, beim, bei einer Tunnelbohrung, ne? Also bei, so Autobahntunneln und so weiter, ne? Die hoffen ja auch inständigst immer dann genau dort rauszukommen, wo sie sollen. Das ist ja echt Millimeter, äh, Zentimeter, bei Millimeter wäre ein bisschen krass. Also, na gut, Zentimeter ist auch krass. Bei so einer Länge von 40 Kilometern von einem Tunnel hast du einen Bagger, der 20 Meter Durchmesser hat. Und dann musst du da auf Zentimeter genau rauskommen, ey. Das ist schon echt krass, was solche Tunnel, ähm, Menschen da fabrizieren. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, ehrlich bin ich ja. Das habe ich euch ja schon oft genug bewiesen. So, Charts brauchen wir sowieso nie. Aber vielleicht kauft ihr uns der Paul irgendwann ab. Hehehehe. So, da ist das Lied auch schon zu Ende. Oh, noch mehr Charts, das ist aber schön. Ah, und jetzt kommen wir... Kommen wir? Ja, wir kommen ganz genau richtig raus. Sehr gut. So, aber wir kommen nicht mit den Leitern hin. So, hier können wir uns ja runterbuddeln. Weil sonst würde ja der Gravel auch nach unten fallen, wenn hier nichts mehr drunter wäre. So, ich habe da eine Schaufel mit, oder? Naja. So. Dann haben wir hier, hier. Und wir kommen nicht ganz hin. Scheiße, ich habe es ein bisschen versetzt gebaut. Scheiße, um eins versetzt. Tja, am Arsch. Egal. So schlimm ist das jetzt auch nicht. Denn macht die eben hier eine Kurve. Was soll es denn? So, und jetzt traue ich mich hier fast gar nicht runter zu springen. Muss ich auch noch nicht. Da, da kommt noch eine Leiter hin. Zack. Dann bauen wir hier und hier ab. Und hier. Und hier müssen wir jetzt keinen Fall Schaden mehr kriegen. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann verlegen wir mal die Leitung. Wir haben ja einiges an Goldkabeln, da müssen wir also nicht so sparsam sein. Dann legen wir gleich erstmal drei an den Anfang. Ich würde immer so den drei, zehn, drei, zehn Abstand machen. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist, ob das effektiv ist. Es ist mir jetzt auch gerade egal. Ähm. 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 Eins, zwei, drei. Eins. Zwei. Drei. Wie gesagt, schreibt mir was effektiveres in die Kommentare. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das heißt, jetzt sind wir bei sieben. Eins, zwei, drei. Aha. Aha. So. Jetzt kommen hier die. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier. Scheiße. So. Und. So. Ist zwar verzögert, aber da man im Voraus klicken kann, ist das nicht so schlimm. So. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Düt. 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 Ja. Dadurch, dass wir den Gang haben, können wir ja sowieso die Goldkabel noch etwas verschieben. Das ist ja kein Problem. So. Wir müssen uns dann neue Steinpipes machen. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ähm. Die reichen lange nicht. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal einen schönen Gang. Der ist vor allen Dingen praktisch und, ja, funktioniert dann auch. Ähm. Wir müssen dann hier allerdings natürlich noch, ähm, diese, an, diesen Antrieb da anbringen. Lol. Man kann den einfach hier rüber setzen. Okay. Ich hätte gedacht, das geht nur nach oben raus und dann muss man das so, okay, gut. Dann hat sich das ja dann schon wieder geklärt. So. So. Dann setzen wir hinten noch, ähm, das dran, logischerweise. Logischerweise. So, da haben wir auch schon wieder viel geschafft. Und beim nächsten Mal werden wir dann etwas Kupfer abbauen gehen und, äh, Spaß in der Kupfermine haben. Beziehungsweise, ich geh jetzt nochmal schnell und, äh, steck erstmal dort ab, wo wir dann, äh, Kupfer abgraben wollen. So, es wäre jetzt natürlich intelligent. Ne, es ist auch intelligent, was ich jetzt machen werde. Ich werde natürlich dort, wo wir den Gang nach unten haben, äh, die Mine beginnen und dann, äh, den Gang dort rüber bauen. Damit wir nicht immer hier diese dämlichen Treppen da langlaufen müssen. Ne, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich renne hier nicht immer diese blöden Treppen hoch. Das würde mich nerven. Deswegen, ne, bauen wir uns hier auf, auf, wo, die Höhe ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da bauen wir uns direkt hier auf der Höhe einen Gang da in die Richtung, ne. So. Ja genau, den Gang baue ich jetzt, äh, hier noch rein, bevor wir die Folge beenden. Den Gang baue ich jetzt hier noch rein. Ich weiß leider überhaupt nicht, wie immer weiß ich nichts, ähm, wo hier mein Grundstück anfängt. Ah ja, ich, ich, ah stimmt, ich sehe ja den Gang, ähm, wenn ihr auf die Minimap guckt, den Gang, den wir ja, den ersten Gang da halt, ne. Den sehe ich ja und dort ist ja genau die Grundstücksgrenze. Wenn wir also auf die Höhe kommen, sind wir schon außerhalb des Grundstücks und können die Mine anfangen. Ist natürlich alles ganz regelkonform, ne. Wir sind die einzigen, die uns wirklich dran halten, weißt du. Äh, der TT tut hier eine Query auf seinen Dings setzen und, na gut, wenn das als Kellerbau bezeichnet, muss ich das leider annehmen, leider, na gut, muss ich das annehmen, ne. Und, aber ich bin ehrlich zu mir selbst und baue hier ganz ehrlich und ohne Lug und Trug, Lug und Trug, ähm, den Gang richtig und ordentlich und richtig und ordentlich und richtig. Und nächstes Lied. So, ein bisschen lauter. Geht das schon? So. Ah, okay, dann weit ist es gar nicht mehr. Ah, ich sehe da hinten ist ein Lava-Becken. Wenn ihr das auf der Minimap seht, da wollen wir natürlich nicht unbedingt reinbuddeln. Das heißt, wir tun schon mal die Plätze für die Mining Turtles dann abstecken. So, okay. Jetzt müssten wir rein theoretisch schon auf der richtigen Höhe sein, oder? Ja, wir können sogar hier schon rüber gehen. Hier oder hier? Ich gehe hier rüber. So. Ich will jetzt entnehme ich mal genau auf den Gang möglichst treffen. So, hier ist dann der erste Raum. Und hier müssen wir dann auch noch eine Pipe rüberlegen mit den ganzen Erzen. Das heißt, hier müssen wir dann auch noch einen zweiten. Und die führt dann zu den anderen hin. Das heißt, alles was wir aus der ersten Linie hier rüber transportieren und alles was wir aus der zweiten Linie rüber transportieren. 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 Musik nervt. Bzw. Ich kriege mich komplett aus dem Konzept. Ähm. Ne? Ihr versteht was ich meine. So. Ich wollte eigentlich noch gar nicht. Zack. So. 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 Jetzt müssten wir eigentlich schon fast darauf stoßen. Aber tun wir noch nicht, weil wir scheiße sind. Hier drüben müsste jetzt gleich kommen eigentlich. Ja. Mehr Erde. Das lässt sich leichter abbauen. Scheiße. So. Wie gesagt. Hier wird dann der Minengang für die Mining Turtles. Die werden dann hier immer nach rechts abgeschickt. Denn durch uns das dürfen wir ja nicht durch. Ne? So. 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 Kleiner braucht noch. Also wir tun die Plätze für die Mining Turtles noch nicht abstecken. Das wäre jetzt zu viel. Das Gute machen wir in der nächsten Folge. Wir wollen uns ja auch in Colin Furl. Ein bisschen Arbeit auch aufheben. macht man ja immer so. Innerer Schweinehirn und so. Aber das äh fällt mir ja jetzt erstmal ein. Hallo hier unten muss doch irgendwo... So hat was ein dämlicher Gang sein. Eigentlich müssten wir jetzt hier schon fast auf Ganghöhe nehmt. vorher mit wir waren wahrscheinlich auch zwei etagen vom von dem meinen gang hier machen jetzt müssen wir eigentlich wenn man nach unten oder nach oben wurde irgendwo rauskommen wo der gang ist scheiße ich will doch nur diesen dämlichen gang damit ich eine richtige orientierung habe man legt nicht ich will doch jetzt eigentlich die aufnahmen nein nein nicht lecken muss doch irgendwo dieser gang sein dass man nicht über uns okay aber also okay gut das haben wir sogar genau die richtige höhe abgepasst so hallo hallo also mich verarschen okay wir lassen es jetzt so egal so kindersicher machen wir es auch noch so und dann wollen wir beim nächsten mal den gang weiter und da bauen wir uns auch meine kürtel so dann bis zum nächsten mal ich will noch unter 30 minuten bleiben also weil ich mich jetzt bis dahin bis zum nächsten mal und jetzt kommt noch die endcode bis dahin tschüss bis zum nächsten mal